Im britischen Königshaus gibt es allen Grund zur Freude. Heute wurden nämlich tolle Neuigkeiten von Prinzessin Beatrice, 33, und ihrem Mann Eduardo Mapelli Mozzi, 37, verkündet. Die beiden sind vor zwei Tagen zum ersten Mal Eltern geworden. Am Samstag haben sie in London ein kleines Mädchen auf der Welt begrüßt. Natürlich freuen sich aber nicht nur die Royals über diese Nachricht. Auch zahlreiche Fans gratulierten den frischgebackenen Eltern jetzt zu ihrem Nachwuchs. Nachdem sich Beatrice auf Twitter mit einem ersten Mama-Update gemeldet hatte, antworteten etliche Bewunderer auf ihren Post. Herzlichen Glückwunsch zu eurem kleinen Wonne-Proppen. Alles erdenklich Gute für dich und deine Familie, ich freue mich so sehr für dich und deine Familie, oder auch willkommen auf der Welt, kleines Mädchen. Herzlichen Glückwunsch an dich und Edo, lauten nur ein paar der unzähligen Glückwünsche auf der beliebten Plattform für Kurznachrichten. Aber die Fans hinterließen Beatrice nicht nur etliche Liebe, Kommentare und Glückwünsche, sie gaben ihrem Idol auch Ratschläge und Tipps für die ersten Tage als Mama. Zudem forderten ein paar Nutzer auch direkt noch mehr Infos zu dem royalen Baby. Ich kann es schon jetzt kaum abwarten, ein Foto zu sehen, wünschte sich beispielsweise ein Supporter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.